Wie erstaunlich das russische Wunder die Wirtschaft belebte, also die russische Wirtschaft belebte, und sie zurückbrachte aus den Ruinen der Globalisierung, ist bewiesen dadurch, dass Russland nun eine nationale Verschuldung von nur 150,5 Milliarden Dollar hat. Das heißt, eine Pro-Kopf-Verschuldung von nur 1029 Dollar pro russischem Bürger. Nur 1029 Dollar pro Bürger, pro Kopf. Verschuldung in Russland. Jetzt haltet euch fest. Aber die USA haben eine Schuldenlast von sagenhaften 20 Trillionen US-Dollar. Das heißt, hier pro US-Bürger sind es 879.989 Dollar. Hier steht der Betrag. Das kann ja jeder einfach selber mal nachrechnen und sich die Daten besorgen. Und die EU, die Schulden der europäischen EU betragen hier 13,5 Trillionen. Ja, ich weiß, ihr könnt es ja selber umrechnen aus dem Englischen ins Deutsche. Ich lese hier die Werte vor, die hier stehen. Die EU also ist mit 13,5 Trillionen US-Dollar verschuldet. Das heißt hier pro Kopf, pro EU-Bürger mit schockierenden 26.519 Dollar. Also jeder von euch hat zusätzlich zu den privaten Schulden auch nochmal 26.519 Dollar. Jeder russische Bürger hat 1029 Dollar Schulden. Schlimmer noch sind die täglichen Fake-News-Stories in den USA und der EU, die angeblich vor den ernsten Gefahren warnen, die die sogenannten 97 russischen Oligarchen darstellen, die mit dem Kreml verbunden seien. Während von diesen Medien verschwiegen wird, dass hier bei uns im sogenannten Westen über 992 Oligarchen, also fast zehnmal so viel, in unseren Nationen sind. Und man sollte meinen, dass die Bürger des Westens auch ein Recht haben, dies zu wissen. Aber die meisten Leute wissen gar nichts mehr. Die meinen nur irgendwas zu wissen. Was man ihnen mal erzählt hat, überprüft, haben sie gar nichts. Während verschwiegen wird, dass der Westen über 992 Oligarchen in seinen eigenen Nationen hat, hier von den Propagandamedien und natürlich auch von den Politikern. Die EU wurde bereits als Oligarchie deklariert. Was ist eine Oligarchie? Eine Oligarchie bedeutet eine Regierung durch wenige Superreiche. Das ist eine Oligarchie. Und auch die USA sind laut einer Studie der Princeton University und der Northwestern University nicht länger eine Demokratie, sondern eine Oligarchie, die nur Eliten nutzt. Hier auf dem Bild, da hält die junge Frau ein Plakat hoch mit einem Goethe-Zitat, wo drauf steht, Niemand ist hoffnungsloser versklavt als diejenigen, die irrend glauben, sie seien frei. Der Wahnsinn der westlichen Eliten. Sie versuchen verzweifelt, das russische Wunder vor ihren Bürgern geheim zu halten, also vor uns. Und sie fürchten, dass Präsident Trump in den USA eine ähnliche Wirtschaftspolitik implementieren wird, wie Russland das getan hat, basierend nämlich auf christlichen und nationalen Werten. Und deshalb haben die Westeliten, die Schlangen im globalen Sumpf, begonnen, Amerikas neuen Führer anzugreifen, indem sie die Falschbehauptung aufstellen, Präsident Trump arbeite für Russland. So, hier sehen wir die Webseite whatdoesitmean.com Hier ist der Artikel vom 22. März 2017 Miracle of Russia throws American and European Elites into total panic von Sorcha Fahl and as reported to her western subscribers. Also wir fangen hier an. Ein sehr interessanter Bericht des Finanzministeriums, der im Kreml zirkuliert, warnt den Sicherheitsrat, Er solle vom Westen schnelle Vergeltung erwarten, nämlich nachdem hier das russische Wunder stattgefunden hat, beziehungsweise auch durchgeführt wurde, nämlich, das ist, die gesamten Schulden der früheren Sowjetunion innerhalb von 45 Tagen abbezahlt zu haben. So, mal eine Anmerkung hier von mir. Also, ja, stellt euch das vor, die russische Föderation hat sämtliche Schulden der Sowjetunion in 45 Tagen abbezahlt. Wir sehen das hier. Das ist ein Screenshot von Forbes, ja, der Webseite Forbes, wo gesagt wird, Russlands Energiesektor, also Russlands Energiesektor, wird in 2017 aufblühen. Also, dass Russland hier sämtliche Schulden der Sowjetunion bald zurückbezahlt haben wird, hat die gesamte Elite-Struktur, der ich im Übrigen nicht angehöre, Amerikas und Europas in, wie sie hier schreiben, totale Panik versetzt. Sie befürchten nämlich diese Eliten der EU und von den USA, dass ihre Bürger erfahren, was die nationalistische Finanzpolitik der russischen Föderation fähig war zu erreichen. Hier lesen wir es bei Russia Today. Russia to pay off balance of Soviet era debt within 45 days. Ein Artikel vom 21. März 2017, wo hier gesagt wird, dass die Restschulden der ehemaligen Sowjetunion, die die russische Föderation übernommen hat, eben hier vom 21. März ausgezählt in 45 Tagen abbezahlt sein werden. Und wir versinken hier im Schuldenschlamm, im Schlamm der Satanisten und Kommunisten und so weiter. Laut dem Bericht wird der Begriff russisches Wunder benutzt, um die nationalistische, christlich basierende Geldpolitik der russischen Föderation zu beschreiben, die ausgeführt wurde, nachdem das antichristliche und dämonische Joch der Globalisierung vom russischen Volk abgeworfen wurde. Und dies geschah nach dem katastrophalen Zusammenbruch der Wirtschaft in 2008 und 2009, der, wie viele im Westen vorhersagten oder meinten, prophezeien zu können, zur totalen Zerstörung der russischen Wirtschaft führen würde. Also das haben sie gedacht, dass die Wirtschaftskrise 2008, 2009 zum totalen Zusammenbruch der Wirtschaft in Russland führen würde, hat er aber nicht getan. Sondern im Gegenteil, die russische Föderation steht bald schuldenfrei da. Und hier, die antichristliche Globalisierung, hier lesen wir christianpost.com Globalismus ist antichristlich-dämonisch. Argumentieren Theologen. Ein Artikel hier von Brandon Showalter vom 28. September 2016, also auch nicht alt. Und die Wahrheit veraltet niemals. Hier schreiben sie, prominente Theologen und Gelehrte sagen diese Woche, dass zu wenige Leute die dämonischen Kräfte verstehen, die hinter der Globalisierungsideologie stecken. zu wenige Leute verstehen das, weil die Amtskirchen, Pastoren dabei versagen, ihre Gemeinden darüber aufzuklären. Und wahrscheinlich haben sie selber keine Ahnung. Wir sehen hier ein Bild von den United Nations, ganz passend. So, also das ist hier der Artikel, Globalismus ist antichristlich und dämonisch. Das haben sogar in den USA jetzt prominente Theologen herausgefunden und zwar Ende September 2016. So, wir machen mal weiter hier mit unserem Artikel. Ah ja, hier das Bild können wir mal anschauen. Globalismus, hier links sehen wir, was uns gesagt wird, visualisiert. Kinder, die sich an den Händen halten, auf dem Globus stehen, alle sind gleich und alle haben sich lieb. Und aber hier rechts sehen wir, wie es dann wirklich ist. Hier ein Rat von in schwarz gekleideten Herren entscheiden über das Schicksal der Welt. Und diese hier werden gesteuert von den Fallen Angel und den bösen Geistern der Söhne der Fallen Angel, wie es im Buch eh noch steht. So, weiter geht's hier. Westliche Gesetze kollidieren mit der moralischen Natur des Menschen. Und zwar sagte das der russische Patriarch Kyrill in einem Interview in November 2016. Der russische Patriarch Kyrill. Das sind Christen in Russland, orthodoxe Christen. Ich grüße an dieser Stelle hier alle orthodoxen Christen. Hier lesen wir es, Western Laws now clash with moral nature of man. Also die westlichen Gesetze kollidieren jetzt mit der moralischen Natur des Menschen. Auf rt.com am 21. November 2016 veröffentlicht hier Kyrill, der russische Patriarch. Und Präsident Putin konfrontierte den Westen und erklärte, der Westen sei im Niedergang, ja und das sind wir tatsächlich. Präsident Putin erklärte, der Westen sei im Niedergang, weil er eine Politik verfolge, die eine kinderreiche Familie gleichsetze mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und weil der Westen gleichsetze den Glauben an Gott mit dem an Satan. Das haben sie hier auch berichtet. The Hill Has Russia become the world's new moral leader von Selwyn Duke vom 5. 1. 2017 ist Russland der neue moralische Weltführer. Ich denke mal, so kann man das sagen. Und nicht das Ding, die Entität im Kanzleramt, die ist es sicherlich nicht, sondern hier. Der Mann ist der Führer der moralischen Werte. Ja, ja, ich weiß, da gibt es auch Leute, die sind anderer Meinung. Können sie ja auch sein. Aber Fakten sind eben Fakten. Und Meinungen sind irrelevant. Während also der russische Präsident Putin hier auch festgestellt hat, dass der Westen den Glauben an Gott gleichsetzt mit dem Glauben an Satan und eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft gleichsetzt mit einer kinderreichen Familie oder überhaupt mit der christlichen Familie oder überhaupt mit einer Familie mit Kindern. Zur gleichen Zeit erklärt hier der damalige US-Präsident Obama die frühere Entität im Weißen Haus. Stolz und frech und anmaßend hat er öffentlich gesagt wir sind keine christliche Nation mehr. Die Nation zu der der Obama gehört war sowieso nie christlich aber er meinte damit die Vereinigten Staaten von Amerika. Hat er hier zitiert mit den Worten was immer wir früher waren wir sind nicht länger eine christliche Nation. kann man sich auch dann Video zu angucken wenn man will so weiter geht's hier im Text hier sind wir jetzt Präsident Putin hat so erfolgreich christliche Moral benutzt um das russische Wunder zu erschaffen das nun in Amerika gesagt wird dass die russische Föderation jetzt die Summe ist aller engste der liberalen linken Eliten nämlich die christliche Koalition mit Atomwaffen die liberalen linken Elitisten wie Hillary und Podesta und John McCain und wie sie alle heißen auch in der EU natürlich Merkel und Schulz und Juncker und 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 die haben jetzt hier den totalen Horror und sind in Panik weil es gibt einen mächtigen christlichen mit Atomwaffen bewaffneten Staat auf der Erde hier sehen wir ein Zitat von Präsident Putin er hat hier gesagt das Recht jeder Minderheit anders zu sein muss respektiert werden aber das Recht der Mehrheit darf nicht infrage gestellt werden ohne die Werte im Kern des Christentums und anderer Weltreligionen ohne moralische Normen die über Jahrtausende geprägt wurden werden die Völker ihre Menschenwürde verlieren Zitat Präsident Putin Ende Tatsächlich so ist es in Europa verlieren die Menschen Schritt für Schritt und nach und nach ihre Menschlichkeit wir werden zu Vieh degradiert und viele verhalten sich auch schon wie dummes Vieh Unsere Menschenwürde wird uns genommen von denen die immer auf die Menschenwürde sich berufen und ganz schnell dabei sind herbeifantasierte Verletzungen irgendwelcher Menschenrechte zu beklagen und laut rum zu grölen aber in Wahrheit Heuchler sind die hier die Würde des Menschen insbesondere in Deutschland mit Füßen treten und ich meine damit die Merkel-Regierung und alle die ihr zuarbeiten ihr tretet hier die Würde der Menschen mit Füßen und das ist abscheulich und ich hasse es so dann sind wir jetzt hier in dem Absatz wie erstaunlich das russische Wunder die Wirtschaft belebte also die russische Wirtschaft belebte und sie zurückbrachte aus den Ruinen der Globalisierung ist bewiesen dadurch dass Russland nun eine nationale Verschuldung von nur 150,5 Milliarden Dollar hat das heißt eine Pro-Kopf-Verschuldung von nur 1029 Dollar pro russischem Bürger ja nur 1029 Dollar pro Bürger pro Kopf Verschuldung in Russland jetzt haltet euch fest aber die USA haben eine Schuldenlast von sagenhaften 20 Trillionen US-Dollar das heißt hier pro US-Bürger sind es 879 989 Dollar hier steht der Betrag das kann ja jeder einfach selber mal nachrechnen und sich die Daten besorgen und die EU die Schulden der europäischen EU betragen hier 13,5 Trillionen ja ich weiß ihr könnt es ja selber umrechnen aus dem Englischen ins Deutsche ich lese hier die Werte vor die hier stehen die EU also ist mit 13,5 Trillionen US-Dollar verschuldet das heißt hier pro Kopf pro EU Bürger mit schockierenden 26.519 Dollar ja also jeder von euch hat zusätzlich zu den privaten Schulden auch noch mal 26.519 Dollar jeder russische Bürger hat 1029 Dollar Schulden so hier die Grafik werde ich jetzt nicht übersetzen wir machen hier direkt weiter das russische Wunder hat zu einem Anstieg der Geburtenrate in der russischen Föderation geführt während die Europäische Union sich einem Bevölkerungs Desaster gegenüber sieht wegen der sinkenden Geburtenrate der Europäer und die USA letztes Jahr ihre sinkende Geburtenrate sogar zu einem nationalen Notstand erklärt hat die russische Geburtenrate ist die höchste in ganz Europa und ihre zukünftigen produktiven und moralischen Bürger werden profitieren von den erstaunlichen 75,5 Trillionen Dollar in natürlichen Ressourcen in Bodenschätzen die die größten der ganzen Welt sind Russland hat die meisten Bodenschätze und ihre produktiven und moralisch erzogenen Bürger werden sich dieses Reichtums bald erfreuen in 45 Tagen hat Russland seine gesamten Schulden der Sowjetunion zurückbezahlt so dann sind wir jetzt hier bei dem Absatz der Bericht des Finanzministeriums des russischen Finanzministeriums sagt beide USA und EU fürchten dass ihre Bürger wissen dass diesem russischen Wunder christliche Werte zugrunde liegen und deshalb haben die Eliten des Westens etwas angefangen was man den unverhohlensten Staatsschreich in der Geschichte nennt nämlich gegen die Ukraine um dort eine Neonazi Regime zu installieren der Westen weiß dass Russland darauf reagieren muss denn als Russland sich das letzte Mal einem Nazi Regime gegenüber sah in Weltkrieg 2 da wurden 26,6 Millionen seiner Bürger getötet aber anstatt die gesamte Ukraine zu übernehmen haben die Kräfte der russischen Föderation ihre Aktionen darauf konzentriert nur russische Menschen zu beschützen die der Gefahr der Ausrottung durch das Nazi Regime der Ukraine ausgesetzt waren und deshalb haben die westlichen Staaten im November 2014 ihre Sanktionen gegen Russland verhängt Neonazis Corporate Armies and Western Media Propagandists Neonazis Unternehmens Armeen und westliche Medien Propagandisten die waren Kräfte hinter dem US Staatsstreich in der Ukraine der vom Obama Regime und von den Clintons und so weiter herbeigeführt wurde Victoria Nuland die gesagt hat dass die EU zur Hölle fahren kann so weiter geht's hier indem die Wirtschaftspolitik des russischen Wunders angewendet wurde trotz dieser Sanktionen war Russland nämlich fähig 76 Billionen Dollar seiner nationalen Lebensmittelversorgung zuzuweisen und durch ähnliche solcher Maßnahmen seine Langzeit Wirtschaftssicherheit zu verstärken so sehr dass sogar Amerikas Top Rating Agentur hier sehen wir Standard & Poor's am 17. März 2017 gezwungen war ihre Beurteilung Russlands von stabil zu positiv zu ändern und Russlands Credit Ratings zu bestätigen und heute also am 20. März 2017 hat Standard & Poor's ihre Einschätzung von 13 russischen Unternehmen verbessert auf positiv das russische Wunder ist ein unaufhaltbarer Erfolg und zerstört jetzt hört gut zu das russische Wunder einer nationalen und christlichen auf christlichen Werten basierenden nationalen Wirtschaftspolitik zerstört den Mythos der Globalisierung zugunsten einer auf christlichen Werten beruhenden nationalen Wirtschaftspolitik und deshalb haben die westlichen Eliten darauf geantwortet indem sie die giftigste hysterischste Propagandakampagne gegen Russland gestartet haben die die Welt jemals gesehen hat ich möchte hier einfügen man erinnert sich Putin war es Putin war es blökten sämtliche Propagandamedien Russland soll angeblich die US-Wahlen gehackt haben schreiben sie ohne irgendwelche Beweise denn es gibt keine Beweise Russland ist angeblich schuld wenn die Queen Durchfall hat und die Merkel Flatulenz also so weit geht es schon aber sie gehen hier noch weiter die Propaganda geht so weit dass der englische Mirror wie man hier sehen kann die Screenshots Mitte März eine Fake News Story veröffentlichte über das russische Fest Maslenitsa hier sehen wir die Festteilnehmer die spielen hier und führen auf den Kampf zwischen Gut und Böse zwischen Christus und Satan ist ein altes Fest Maslenitsa in Russland sie feiern hier das ist ein altes christliches Ritual von Gut gegen Böse so und der Mirror der englische Mirror hat Mitte März eine Fake News Story veröffentlicht über dieses Fest und seine Leser davor gewarnt sie könnten dabei getötet werden hier Russias Ultra Drops Infiltrated Amit Warnings England Fans Could Be Killed at World Cup also eine komplette Fake News Story das sind hier keine Fußball Fans das sind Christen die hier ein altes christliches Fest feiern und den Kampf der stattfindet zwischen Gut und Böse Licht und Dunkelheit Christus und Satan hier aufführen so dann sind wir jetzt hier bei dem Absatz hier schlimmer noch sind die täglichen Fake News Stories in den USA und der EU die angeblich vor den ernsten Gefahren warnen die die sogenannten 97 russischen Oligarchen darstellen die mit dem Kreml verbunden seien während von diesen Medien verschwiegen wird dass hier bei uns im sogenannten Westen über 992 Oligarchen also fast zehnmal so viel in unseren Nationen sind und man sollte meinen dass die Bürger des Westens auch ein Recht haben dies zu wissen aber die meisten Leute wissen gar nichts mehr die meinen nur irgendwas zu wissen was man ihnen mal erzählt hat überprüft haben sie gar nichts während verschwiegen wird dass der Westen über 992 Oligarchen in seinen eigenen Nationen hat ja hier von den Propagandamedien und natürlich auch von den Politikern die EU wurde bereits als Oligarchie deklariert was ist eine Oligarchie eine Oligarchie bedeutet eine Regierung durch wenige Superreiche das ist eine Oligarchie und auch die USA sind laut einer Studie der Princeton University und der Northwestern University nicht länger eine Demokratie sondern eine Oligarchie die nur Eliten nutzt ja hier sehen wir das BBC News study US is an Oligarchie not a democracy oh sieht der nicht aus wie der Rothschild hier ein bisschen Ähnlichkeit hat er schon und meint ihr die Regierungen würden sich für uns interessieren merkt ihr eigentlich nicht wie egal wir denen sind hier auf dem Bild da hält die junge Frau ein Plakat hoch mit einem Goethe Zitat wo drauf steht niemand ist hoffnungsloser versklavt als diejenigen die irrend glauben sie seien frei niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene die glauben die irrend glauben sie seien frei jetzt sind wir hier bei dem Abschnitt hier das Bild da kommen wir gleich zu hier schreiben sie einer der sehr wenigen Menschen im Westen der das russische Wunder erkennt und anerkennt ein Wunder das die Bösartigkeit der neuen Globalisierungsreligion zerstört ist der amerikanische Präsident Trump ja ich möchte hier noch anmerken es ist tatsächlich eine Religion eine Götzenreligion die Globalisierung der hier die Eliten des Westens anhängen ein Materialismus so also einer der wenigen Menschen im Westen der das russische Wunder anerkennt nämlich eine Wirtschaftspolitik auf Basis christlicher Werte und nationaler Interessen ist der amerikanische Präsident Trump Er weiß wie sein Kollege Putin um den wahren Wert wenn eine Nation nämlich zurückkehrt zu ihren christlichen und nationalen Wurzeln um wirtschaftliche Sicherheit zu erreichen aber Präsident Trumps Deep State Feinde die linken liberalen Democrats die Demon Rats vereint mit Moslems und anderen Feinden der Freiheit verbünden sich mit den Neocons der Republikanischen Partei um ihn zu zerstören einige Experten sind der Meinung dass diese linken Leute antipsychotischer Medikamente bedürfen damit ihre Köpfe nicht explodieren und hier sehen wir mal eine Montage wo das sehr deutlich wird ja hier links sehen wir diesen maskierten islamischen Extremisten der hält ja ein Schild da steht drauf der Islam fordert Tod für Homosexuelle keine freie Rede Frauen haben zu Hause zu bleiben und sich vollständig ihren Ehemännern zu unterwerfen und hier als unterstes dann Tod allen Ungläubigen und hier das linke Häschen hier und Schneeflöckchen das hält ein Schild und sagt ich bin liberal und er meint das nicht wirklich so und hier drunter steht Liberale sie sind wirklich so blöde ja so blöde sind sie bestenfalls also bestenfalls sind sie so blöde ja unintelligent und schlimmstenfalls sind es Schweine ja und Hunde wie die Bibel sie auch nennt so weiter geht es und so absolut wahnsinnig ja so absolut wahnsinnig sind diese Globalisten Eliten in der EU und den USA gegen das russische Wunder und Präsident Trump geworden dass sie nun russisches Gas durch die Ukraine nach der Slowakei transportieren und es dort einige hundert Meter transportieren um es dann wieder in die Ukraine zu bringen mit einem höheren Preis für das nun angeblich slowakische Gas das finanziert wird von westlichen Banken und die Kredite dafür werden garantiert von der Weltbank damit diese Globalisten Eliten sagen können die russische Föderation verdiene nicht so viel Geld wie früher also hier da steht das und so verrückt sind sie wirklich das macht natürlich alles überhaupt keinen Sinn sondern nur dann wenn man so verrückt ist wie die so kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt der Wahnsinn der westlichen Eliten sie versuchen verzweifelt das russische Wunder vor ihren Bürgern geheim zu halten also vor uns und sie fürchten dass Präsident Trump in den USA eine ähnliche Wirtschaftspolitik implementieren wird wie Russland das getan hat basierend nämlich auf christlichen und nationalen Werten und deshalb haben die Westeliten die Schlangen im globalen Sumpf begonnen Amerikas neuen Führer anzugreifen indem sie die Falschbehauptung aufstellen Präsident Trump arbeite für Russland und deswegen veranstaltete letzte Woche der US Congress eine Anhörung und als Antwort darauf sagte der Kreml Sprecher Dmitry Peskov die Hearing Teilnehmer sind offenbar verwirrt über die Situation sie versuchen Bestätigung zu finden über ihre eigenen Vermutungen aber versagen dabei irgendwelche Beweise zu finden und gehen dabei immer weiter im Kreis herum ja so ist es aber das wollen wir uns hier mal eben klar machen ja also obwohl seit Monaten nach irgendwelchen Beweisen gesucht wird dafür dass die Russen irgendwie mit dem Trump irgendwas zu tun haben wird nichts gefunden die amerikanischen Geheimdienste sagen es gibt nichts der US Kongress sagt es gibt nichts aber was sie jetzt herausgefunden haben ist dass die Obama Administration den Trump und seine Familie seit Jahren abgehört hat jahrelang im übrigen hören sie uns alle ab 24 Stunden sieben Tage die Woche ununterbrochen so schauen wir uns mal eben hier diese ja ist so ich meine ihr schleppt eure Überwachungsgeräte mit euch rum eure iPhones und Handys und zu Hause sind die Smart Fernseher und die gehen auch nicht aus wenn man sie abstellt belauschen uns der CIA hat Programme die in jedes Wohnzimmer hineinspähen können über die Fernseher die Smart Fernseher und die Computermonitore haben Kameras und Mikrofone das sieht dann zwar aus als wären sie abgeschaltet aber sie sind es nicht so mal kurz hier was zur Erheiterung Everyone I don't like is a Russian Hacker ein Buch hier vielleicht von Hillary Clinton ja wo als Titel draufsteht jedermann den ich nicht mag ist ein russischer Hacker Hacker der Führer für das emotionale Kind um Verantwortung für eigenes kriminelles Verhalten zu vermeiden so weiter geht es während Präsident Trumps Deep State Feinde im Kreis laufen um Beweise zu finden die gar nicht existieren fahren ihre linken Fake News Propagandamedien damit fort den Amerikanern zu verschweigen dass Trumps Aussage Obama habe ihn abgehört zu 100% richtig ist wie auch alle Telefonanrufe in den USA aufgezeichnet und gespeichert werden und dass dies auch die ganze Welt weiß seitdem nämlich Edward Snowdens Top Secret Files im Jahr 2013 öffentlich wurden jetzt merkt ihr euch mal Project Dragnet ja Project Dragnet ist bekannt als ein Projekt der NSA ein US-Geheimdienst National Security Agency bei dem Projekt handelt es sich um einen massiven 1,7 Billionen Dollar Computerspeicher in Utah der nämlich alle Telefonanrufe und E-Mails der Amerikaner speichert und vor kurzem veröffentlichte die NSA Dokumente die beweisen dass Trump und seine Familie beständig seit Jahren von Obamas Regime abgehört wurden ja hier sehen wir einen Artikel von The Guardian Welcome to Utah the NSA's desert home for eavesdropping on America ja willkommen in Utah die Wüstenheimat der NSA um die Amerikaner abzuhören und hier sieht man so ein Foto die NSA Center in Bluffdale ja wird hier bald hier schreiben sie ähm das NSA Zentrum in Bluffdale Utah wird bald Supercomputer beherbergen um riesige Mengen von Daten zu speichern E-Mails Telefonanrufe Websearches und so weiter und so weiter ja hier sehen wir ähm einen bekannten Schauspieler ich weiß gar nicht warum der so bekannt ist ja weil er bekannt gemacht wurde die Medien sind ja auch äh ja ähm sie machen jemanden bekannt wie zum Beispiel den Gott Kaiser Schulz ne ähm da sagen sie zwei Wochen lang ja Schulz ähm elektrisiert die SPD Schulz zu 100% gewählt Schulz ist toll Schulz ist gut Schulz kommt an beim Wähler und dann nachdem sie das also zwei Wochen lang 24 Stunden sieben Tage durch die ihre Kanäle gepumpt haben dann sagen sie oh eine Umfrage hat ergeben Schulz ist beliebt ne eine Umfrage von einer privaten Firma ne die sicherlich herausfindet was sie herausfinden soll ne von ihren Auftraggebern bezahlt Infratest DIMAP zum Beispiel ist eine GmbH ne und wer die Musik bestellt ja der bezahlt sie auch und dann hört man auch was der Besteller hören will ne so einer von Trumps also wahnsinnigsten Kritikern ist hier dieser Schauspieler Shia Labeov der hat in Transformers mitgespielt und der hat während einer Live TV Sendung in 2008 auch darüber gesprochen hier bei dem Jay Leno ja das kann man sich auf YouTube angucken da hat er gesagt einer von fünf Telefonanrufen werden aufgezeichnet und er hätte da Kontakt mit einem FBI oder NSA Mann gehabt so weiter geht's hier mit dem letzten Satz ob es Präsident Trump gelingen wird das russische Wunder sozusagen zu duplizieren um die USA zu erneuern und zurückzuführen zu früherer Größe wie es Präsident Putin für Russland tat und Russlands Volk ist gegenwärtig nicht bekannt aber aber falls diese dämonischen globalistischen religiösen Fanatiker der Linken ja ein für alle Male besiegt werden sollten dann kann dies nur getan werden mit Make America Great Again und dann wird der Rest folgen hier sehen wir ein großes Plakat Let's Make the World Great Again Together und davor fürchten sich die satanischen Eliten des Westens dass nämlich zwei christliche Nationen mit Atomwaffen gemeinsam zusammenarbeiten zum Nutzen ihrer Völker denn das vermissen wir seit über 100 Jahren eigentlich seit 1815 seit dem Wiener Kongress als dort nämlich den Rothschild Bankern die Geldpolitik Europas in die Hände gegeben wurde und das hat Präsident Putin in Russland natürlich mit seinen Männern und Frauen jetzt geändert Russland ist schuldenfrei man kann es nicht mehr erpressen Let's make the world great again together Lass uns die Welt wieder großartig machen denn die sinkende Geburtenrate in Europa hat ja vor allen Dingen einen Grund die Menschen haben keine Lust mehr zu leben sie haben keine Lebenslust mehr weil uns das Leben so derartig vermiest wird von den Politikern die behaupten sie würden für uns irgendwas tun die interessieren sich nicht für uns wir brauchen hier eine christliche Führung genau wie in Russland und in den USA und keine Heuchler und die Christen hier sind aufgerufen für die Wahrheit aufzustehen und auch ihre Mitmenschen aufzuklären also diese dämonischen Kräfte der Globalisierung die können hier nur mit christlichen Werten besiegt werden mit einem Bekenntnis zu Jesus Christus zu unserem großen Erlöser und Heiland und unserem Gott so let's make the world great again lass uns die Welt wieder großartig machen und lebenswert für unsere Kinder das ist unsere Aufgabe hier als Erwachsene so tschüss und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit George Orwell 1984 1984 auch